Wir haben jetzt noch nichts mehr. Wir haben jetzt noch nichts mehr, die nicht in Warenbach fahren dürfen. Was man hier sieht, dass die Reiterinrichtung für den Wert stehen, ohne bei der Einwirkung auszulassen. Ich wollte gerade sagen, genau so muss man hinreiten, da dreht sich ein bisschen, weil man etwas stöhnt. Wenn man hier etwas reinfallen lassen, dann hat man das erst gemacht, ab dem Fluchweiß, zu bewegen, natürlich auch alle Handabhöhren, man hat sich zu einer, dass er da nicht redet. Da hat sich Vollmaschinen gemacht. Da hat sich Vollmaschinen gemacht. Dann soll er das nicht mit einer Grösche aufmachen. Ewa, die Gartenreie, das Bär dann oben herausholen, das Bär auf dem Hinterdang, da haben sie gelaufen. Und das Bär dann auch nicht mehr in der Gartenreie, wobei sie in der Gartenreie ein Blutentierung enthält. Schade, hier haben wir ein kleines Problem in der Angriffspaltung gehabt. Aufgrund der Länge des Fußes ist natürlich verständlich, aber in der Notdehnung zu berücksichtigen. Hier haben wir immer noch kein Problem mit Wasser. Ein kleines Schöner. Und hier ist die ganze Analyse. Jetzt ist es so ein bisschen aus dem Schritt. Schade, das schreckert natürlich insgesamt die Note etwas. Jetzt sind wir wieder sicher und jetzt die nächste Tür, die mit dem Ausschlag geben ist für den roten Binder. Warte nix! Die stickten den Bauch wegfahren! Da ist lieber her, ich drüber. Ja, gut, rückwisch! Okay! Okay, kommt sie zum Ziel und ist zu Hause in der Zeitung, sie werden durch 7,5. Damit, danke.